Aus der Beratung hier war ich davon überzeugt, ich mache das Richtige und genauso ist es eigentlich auch. Also ist alles positiv gelaufen. So eine Beratung gehört halt dazu. Und Zahnarzt ist ja immer so ein besonderes Thema, wobei ich eigentlich sagen kann, Gott sei Dank, ich habe keine Angst davor. Aber ich glaube, man darf sagen, man hat Respekt vor dem Zahnarzt. Und hier ist halt der Unterschied, man muss sich eine Woche Zeit lassen oder jetzt acht Tage und vor allem halb Jahre eine Woche. Aber dann wird so eine Behandlung komprimiert durchgeführt und ein normaler Zahnarzt vor Ort, der kann das halt so gar nicht. Der hat ja gar nicht die Möglichkeiten, erst mal ohnehin, wie diese Zahnklinik, Labor im Hause, sodass das alles halt komprimiert erfolgen kann. Und das finde ich halt das Beste auch daran. Also ich glaube, Dentaprine steht für Qualität, das kann ich eindeutig sagen und dass sich die Patienten hier gut aufgehoben fühlen. Vielen Dank.